Captain, Ihr Land braucht sie. Das Marine Corps hat Ihnen ein neues Kommando zu gewissen. Das ist eine Penner-Kompanie! Penner-Kompanie dürfen wir auch nicht mehr sagen. Diese Einheit wird von uns Bat-Kompanie genannt. Activision Blizzard hat inzwischen auch das US-Militär gekauft. Also heißt ihr Marine Corps auch nicht mehr Marine Corps, sondern Activision Blizzard Corps. Dementsprechend sind sie keine Marines mehr, sondern ABC-Schützen. Das klingt ja auch gleich viel freundlicher. Was greifen wir jetzt an? Wir vernichten World of Warcraft! Wir vernichten World of Warcraft. Das hatte ich mir so einfach vorgestellt. Aber dafür müsste ich zuerst den WoW Master-Server aufspüren und ich hatte keine Ahnung, wie ich den finden sollte. Hey du! Kauste was? Hm? Hauste was? Hash oder- oder... Mh... presented Why Classic Or Oh, pssss, Heroin, hm? Wie das damit? Oder, oder, hm, World of Warcraft? Hast du, Frettchen, gerade World of Warcraft gesagt? Hey, 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 Junge, ganz locker, easy, ja, alles cool, alles cool. Ich, ich verkauf das Zeug nur, ich will den Scheiß niemals anrühren, verstehst du? Wenn du einmal auf Arzrod bist, dann hast du viele Freunde, die auch auf Arzrod sind. Ja, du kennst dich doch aus. Also, wo steht der WoW-Master-Server? Ja, das könnte ich dir sagen, aber das kostet natürlich etwas. Sagen wir, hm, ein Gold. Ein Gold? Das Einzige, was ich für Gewirren wie dich hab, ist ein Gold. Der hat aber ein paar Kratzer. Was? Wo? Da, guck. Ja, das ist halt ein Gebrauchsgegenstand, das ist ganz normal. Oh, ich weiß ja nicht. Ja, außerdem, wenn du die Pistole so seitlich hältst, weißt du, so. Da siehst du die Kratzer gar nicht mehr und außerdem sieht das viel cooler aus. Boah. Ja, na gut. Ja. Hör zu. Der Master-Server von World of Warcraft, der alle anderen Server kontrolliert, ja. Der ist aus Sicherheitsgründen ständig in Bewegung, ja. Er befindet sich in einem Flugzeug. Wow, das war ja cool, dieses. Da, 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 da. Ja, ne. Das wirkt auch gleich viel dramatischer. Ja, das stimmt. Und probieren auch mal. Okay. Wir vernichten... Nee, mit nem Zoom. Ach so, Entschuldigung. Nochmal. Wir vernichten World of Warcraft. Siehste? Genau so. Das hilft mir auch immer bei Preisverhandlungen. Ah, das kann ich mir gut vorstellen. Wo kommt das her? Ja, ja. Habe ich im Fernsehen gesehen. Ah, ja. Schon wenige Stunden später war die Bad Company in Position außerhalb des Serverflugzeugs. Da ist es, das. Herz und Hirn von World of Warcraft. Wow, das ist ja eine Antonov AN-225. Das größte gegenwärtlich im Einsatz befindliche Militärflugzeug der Welt. Es kann bis zu 250 Tonnen Nutzlast tragen. Und der russische Beiname lautet übrigens Maria. Das bedeutet Traum. Das Amazonasbecken ist mit ca. 7 Millionen Quadratkilometern, was ungefähr 5% der Landfläche unserer Erde ausmacht. Das größte zusammenhängende Waldgebiet unseres Planeten. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge an manchen Orten kann bis zu 2000 Millimeter betragen. Was ungefähr der 2- bis 3-fache Wert des in Deutschland Erreichenes. Hä? Ich wollte halt auch mal was Schlaues sagen. Ja. Zum Flugzeug! Willkommen an Bord von Blizzard Air. Bitte schalten Sie nun alle elektronischen Geräte wie z.B. Handys aus und legen Sie Ihre Sicherheitsgurte an. Huch! Das wollte ich immer schon mal machen. So, weiter. Flugzeugstart. Da ist er. Der WoW Master Server. Und? Wie kriegen wir den jetzt kaputt? Wir kippen Cola auf die Tastatur. Wir schneiden das WLAN Kabel durch. Wir installieren Windows. Äh, wir schütten Cola in die Tastatur? Ist doch alles Quatsch! Wohl war ja der Sicherheitseinweisung vorhin nicht zugehört, oder was? Was ist die größte Gefahr für ein Flugzeug? Bitte schalten Sie nun alle elektronischen Geräte wie z.B. Handys aus. Handys! Nichts vernichtet ein Flugzeug so schnell wie ein Handy. Deshalb muss man die auch immer ausmachen. Ich rufe jetzt einfach mal hier die Auskunft an. Dann? Wow! Das war ja leicht! Ja! Aber verrat das bloß nicht Al-Qaida! Jungs! Mädel! Das war prima! Sehr gut gemacht, Wett Company! Guten Tag! Ich vertrete die Interessen von Electronic Arts. Im Zuge der jüngsten Entwicklung haben wir Activision Blizzard aufgekauft. Und deren Tochterfirma, das amerikanische Militär, gleich mit. Das war eine sehr schöne Vorstellung, die sie uns da geliefert haben. Losertruppe rettet Welt! Sehr schöne Idee! Da haben wir mal ein Spiel draus! Wie haben Sie den Haufen genannt? Bad Company? Und diese Taktik! Rush, gell? Super! So, wenn Sie mir jetzt hier noch unterschreiben wollen, dass die Begriffe Bad Company und Rush nicht mehr verwenden, das sind jetzt geschützte Markennamen von Electronic Arts. Wissen Sie was? Die können ihren Scheiß alleine machen! Scheiß alleine machen? Ein Singleplayer-Modus? Hervorragende Idee! Das wird ein Hit! Hier draußen, auf den Weiten des Atlantiks, als Captain meines eigenen Bootes, wo mir niemand reinreden kann, würde ich hier endlich meine Freiheit finden? Wo ist man weg? Jawoll, Herr Kalloy! Warum sind die Motoren aus? Melde Gehorsams, Herr Kalloy, die Verbindung zum Ubisoft Master Service ist unterbrochen. Alle Maschinen sind gestoppt. Ja wie, wenn ich keine Internetverbindungen habe, kann ich hier nicht Boot fahren? Jawoll, Herr Kalloy! Wo steht dieser Master Server? In Paris, Herr Kalloy! Herr Bootsmann Beck, sobald wir wieder volle Kraft haben, soll sich die Mannschaft auf eine Feindfahrt vorbereiten. Setzen Sie Kurs auf Paris! Die Verbindung zum Ubisoft Master Server sind unterbrochen. Was bedeutet das? Melde Gehorsams, Herr Kalloy, die... Das gibt's doch nicht! Da ist es, das Herz und Hirn von World of Warcraft! Wow! Das ist eine... Ich bin auf die Dinge treten. Ich glaub, du musst auch schon... Da ist es, das Herz und Hirn von World of Warcraft! Nein, zu weit raus, zu weit raus! Ich schau! Wow! Eine Anton... Alter, was ungefähr 5% der Landfläche unserer Erde... ...entspricht! Ach, verdammt! Sehr gut gemacht, Bad Company! Guten Tag! Ich vertrete... Was? Ich lade es doch nicht! Ja, ich weiß! Aufnahme läuft! Ah ne, ich kann... Es gibt ja keine Regeln... Aber ich könnte... Läuft! Das wollte ich immer schon mal machen! So, weiter! Flugzeug startet! Läuft! Das ist doch alles Quatsch! Wurde bei deiner Sicherheit... Wurde bei deiner Sicherheit... Wurde bei deiner Sicherheit... Das war... Nein! Das war ja allein! Jungs! Mädels! Nein! Jungs Mädel! Jungs! Mädel! Das war prima! Sehr gut gemacht! Bad Company! Guten Tag! Ich vertrete die Interessen von Electronic Arts im Zuge der jüngsten... Bis!